Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Road to Commander in Call of Duty Advanced Warfare. Wir haben da unten unseren schönen doppelten EP Boost, der noch 10 Minuten hält. Ich denke mal, der ist schon eingesetzt, wenn er da unten steht, ich hoffe es mal. Und Klasseneditor, gucke ich mal gerade. Ja, ne, wir erreichen hier eh kaum Streaks, von daher. Ach ja, unten hier, schönen Vorrat kriegen wir nach 6 Minuten noch. Okay, gut, Standardlisten. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, wir spielen mal, wo ist es jetzt? Abschluss bestätigen. So, ich suche mal, schalte mir hier kurz den Sound am PC wieder aus, das habe ich wieder vergessen. Tut mir leid, wenn ihr den Ton gerade eben doppelt gehört habt, ein bisschen. So, also in der Zeit gucke ich mal hier gerade. Ähm, so, wir haben hier noch, wie sieht das aus? Nein, das sieht kacke aus. Wir ziehen hier so ein schwarzes Shirt mal an, so. Ähm, ja, gibt's nix Neues, da gibt's nix Neues. Hier haben wir die Hose. Sieht allerdings auch kacke aus. Knie schon, aber die roten sehen auch kacke aus. Stiefel haben wir nix Neues. Und Exo. Ich weiß nicht. Ich mach mal einen anderen. Vielleicht den hier. Ah, ne, ich bleib in den grünen. So, haben wir mittlerweile was gefunden. Einen Spieler. Okay. Gerade eben konnte ich mich auch aus irgendeinem Grund nicht mit den, äh, Servern verbinden. Ich hoffe, da läuft alles, äh, so, wie es laufen sollte. Und ich warte jetzt noch zehn Sekunden. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Okay. Ich geh raus. Dann spielen wir wieder Team Deathmatch. Ich hoffe, da findet er jetzt wenigstens was. Unglaublich. Wieder drei Minuten nur hier in der Lobby rumgehangen. Ach, geht doch. Endlich. Okay, auf Retreat. Was ist das für eine Map? Oh, die, die mag ich nicht. Aber egal. Wir haben ja unsere Vorräte. Doppeltes EP. Das sollten wir zumindest so zwei Level, denke ich mal, werden wir heute wieder schaffen. Wir sind ja schon Level 12. Und, ach Gott, 12 wieder. Okay, ich versuche mal wieder nicht zu boosten. Und Ton ausschalten. Das muss ich auch noch. So. Oh, das war... Ach, verdammt. Und wir haben den Kill sogar noch bekommen. Gut. So, da hinten boosten sie alle rum. Hinten ist einer. Na, verdammt. Da waren zu viele. Vier Leute oder so von allen Seiten. Feindliche Drohne online. Ach, der oben. So. Vielleicht da mal ne Granate rein. Da mal ne Granate rein. Die hinten sind sie irgendwo. Ach, verdammt. Man muss dazu sagen, ich kenne hier auch noch, äh, die Spawns kein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt so ein richtiges Spawn-System gibt. Ob man hier einfach random irgendwo spawnt. Wo grad keiner in der Nähe ist. Hier müsste jetzt einer. Ah, mein Gott. Gopla ist zum Beispiel, wusste ich jetzt gar nicht, dass da direkt hinter mir noch ne Tür ist. Und ich mag ihn mehr, wenn ich nicht. Viel zu viele Gegner von allen Seiten. Okay, verloren. Ich weiß gar nicht, vielleicht sind wir sogar noch neutral geblieben. Und nein. Negativ. Okay, aber die zwei Kills, denke ich mal, kriegen wir wieder aufgeholt. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir unseren Vorrat überhaupt bekommen haben. Und das sieht gerade sehr schlecht aus. Ich hab das Gefühl, dass die komplette Aufnahme gerade hängt hier. Ähm. Ja. Das ist nicht schön. Nein, das ist gar nicht schön. Hallo? Gut, okay. Ich mach hier mal kurz eine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da bin ich wieder. Wie ihr gesehen habt, hat er doch alles aufgenommen. Bei mir hat die Elgato hier gerade im Programm im Prinzip genau dieses Bild nur angezeigt. Und, äh, ja. Ich bin mal rausgegangen aus der Lobby, weil ich jetzt nochmal komplett neu angefangen hab mit der Aufnahme. Alles neu eingestellt und so. Und, äh, ja gut. Wir sind jetzt zumindest mal direkt in die Lobby reingekommen. So, okay. Die schon mal stumm schalten. Was für ein Maps haben wir denn hier? Wurde ich mal für die. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Die Map hab ich aber noch nie online gespielt. Ich weiß nicht, wie sie da ist. So, Klasseneditor. Mal gucken, haben wir vielleicht irgendwelche neuen Perks oder sowas freigeschaltet. Nein, haben wir nicht. Hier haben wir... Okay, Fernlenkgeschütze und diese... Diesen Laser. Okay, gut. Es geht los. Jetzt nimmt er immerhin da unten. Bzw. zeigt er mir auch mal das Bild. Ich guck mal ganz kurz, ob er auch jetzt wirklich alles aufnimmt. Jep. Tut es. Okay, gut. So. Och nein, nicht schon wieder die Karte. Egal, wir bleiben jetzt mal dran. Ich darf einfach mal nicht da die ganze Zeit durch die Mitte laufen. Vielleicht lag's da dran. Und aufwissen nicht boosten. Okay, nein. Ich versuch weiter nicht zu boosten. Wir haben die Führung übernommen. Was, was? Ach, verdammt. Da steht er schon wieder auf dem Dach. Okay. Wir müssen mit auf die Minimap achten. Da seht ihr immer schön, wenn einer gerade am Boosten war wieder. Zum Beispiel hinter mir war auch wieder einer. Ach, verdammt. Okay, durch die Scheibe habe ich jetzt nichts getroffen. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wo gerade Gegner sind. Und dann... Oh mein Gott, das war knapp. Okay, zum Glück haben wir den noch bekommen. Was soll das? Wieso lagts so? Es lagts hier rum. Ich werde nochmal kurz ein bisschen weiterspielen, wenn es nicht aufhört. Wechselst den Server. Aber es geht wieder. Okay. Okay, da ist gerade einer langgekommen. Da ist einer. Da, komm. Okay, der ist schon tot. Wieso legt der sich hin? Na, komm. Oh, schade. Das finde ich irgendwie komisch. Der legt sich hier nie hin. Zumindest nie, wenn ich es ihm sage. So. Wir kommen, denke ich mal, so langsam wieder rein. Oh, da hinten kommt noch einer. Ach, schade. Okay, eigentlich müsste so langsam auch unser Vorrat mal kommen. Na, los, komm. So, ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, wir haben hier einen Schalldämpfer drauf. Ich glaube, wir fahren mal weiter, als wäre er da nicht gewesen. Okay. Schade. Okay, das ist schade. Nein, jetzt kommt. Es leckt und ich will nur einmal kurz mein Score gucken. Okay, 5 zu 5 immerhin. Ich mag den Map echt nicht. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch, noch Runden... Nein, dann wird die Folge zu lang. Wenn ich jetzt noch eine ganze Runde aufnehmen will. Nicht mal ein Hitmark. Ihr habt es gesehen, ich war genau drauf. Aber ich kann jetzt auch nicht hier rausgehen, weil, wie gesagt, so 20 Minuten folgen. Laden bei mir schon gerne mal, äh... 10 Stunden hoch und... Ja, wenn ich jetzt noch mal rausgehe und noch mal ein neues Spiel starte... Ach du Scheiße. 5 zu 7, okay. Hiermit erkläre ich diese Map offiziell zu meiner Hass-Map. Die schlimmste Map in diesem Spiel. Weil ich einfach keine Ahnung habe, wo die Gegner sind. Da schießen sie jetzt, jetzt kommen sie wahrscheinlich wieder von... Jetzt steht da wieder einer einfach direkt. Ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Was? Jetzt schon wieder von... von... zwei Seiten. Was soll ich da machen? Und dann auch noch eine auf dem Dach. Und ich wachte immer noch auf meinen Vor... Ich kriege einfach nicht meinen Vorrat. Okay, komm, eine Runde können wir noch machen. Wir sind, denke ich, gerade mal bei 15 Minuten Aufnahme. 6 zu 9, noch schlechter als die letzte Runde. Und schau dich meinen Ping an. Einbalken. Das ist der Beweis. Es lag nicht daran, dass ich Scheiße gespielt habe, sondern... Eindeutig am Ping. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Okay, neues Visier. Wir sind nicht ein einziges... Doch, ein Level sind wir hochgekommen, glaube ich. Ne, ne, wie ist das? Ich werde hier mal rausgehen. Und machen wir kaum eine Runde frei für alle. Das probiere ich nochmal aus. Wenn der Ping wieder so schlecht ist, gehe ich direkt raus, weil... Unsere KD ist schon nur noch bei 0,93. Eigentlich wollte ich jetzt in der Folge wieder auf eine Einser-KD hochkommen. Aber das wird dann, denke ich mal, nichts. Je nachdem, wie ich jetzt spiele. Beziehungsweise wie die Verbindung jetzt ist. Ich gucke jetzt gleich direkt mal. So, okay. Die Waffe... Immer noch nur ein Ball. Ne. Ich gehe direkt raus. Ja, ich beende die Folge dann hier mal. Ich musste ja leider hochladen. Sonst hätte der ja ein Level verpasst. Auch wenn das nicht allzu viel ist. Aber ja, mit der Verbindung... Lohnt sich einfach nicht, da weiter zu spielen. Und ich würde sagen, das war es dann mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Auch wenn ich das nicht glaube. Bei dem, äh... Bei den zwei Spielen. Aber ja. Ich hoffe mal, im nächsten Part haben wir wieder eine bessere Verbindung. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. defeatist auch sehr viel weiter.